Willkommen zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin, hier ist wieder Gonzo und habe ich dieses Leuchtfeuer denn jetzt schon aktiviert oder nicht? Moment, das sehen wir erst, wenn ich hier auf Reise gehe. Das Kätzchen ist wach, das Kätzchen schmiegt sich an. Da haben wir... ja, Stufe 3. Haben wir bereits. Okay, kommt denn da noch ein Boss? Ach, da müsste doch noch... Ist das schon für den, äh, hier, ähm, hier für den, der Dornentyp, der mit dem, mit dem Spiegelschild, der meine ganze Magie ablockt. Das ist doch der Spiegelritter. So, Spiegelritter. Aktivieren wir das mal. Okay, auf Kätzchen, rein, nicht meine Hand hauen, während ich spiele. Sie geht auf meinen Schoß und verprügelt meine Hand. Nicht nett. Gewalt, häusliche Gewalt unter Katzen. So, jetzt ist er wach. Ich glaube, jetzt gibt es Rangelei. Jetzt wird hier geprügelt. So, getan und getan. Hier sehen wir die Nebelwand. Die Nebelwand ist, äh, hier die, die Wand zu den Drachenreitern. Da können wir leider nicht rückwärts rein, das wäre schön. Das würde uns sehr viel erleichtern an vielen Stellen des Spiels. Wir gehen einfach nochmal ein Stück zurück. Zurück, zurück. Und wechseln auch nochmal die Zauber. So, jetzt bin ich wirklich total müde. Mal gucken, hier mache ich die Rendereinstellung wieder anders. Ich muss das ja testen. So. Und schreibt mir bitte jetzt über dieses Wochenende, ähm, wo, in welchem Video, falls ihr eins gesehen habt, ne, so ein Blackscreen war. So ein kurzer Ausfall. Damit ich daran arbeiten kann und vergleichen kann. Es muss irgendwo am Schnitt liegen. Denn eure Hinweise haben mich bereits so weit gebracht, dass ich die Originalaufnahme mit der Geschnittenen vergleichen konnte. Und es kommt in der Originalaufnahme einfach nicht vor. Das ist im Schnitt passiert. Jedoch ist es unmöglich, jedes 20-Minuten-Video nach dem Schnitt nochmal komplett durchzugucken, ob da irgendwas schwarz ist und das nochmal zu rendern. Das dauert ewig. Ich muss gucken, ob die Einstellungen schuld sind. Vielleicht ist eine Festplatte defekt, aber das wurden verschiedene. Also dieselbe Festplatte war immer involviert, aber sie war mal Lese-Festplatte und mal Schreibe-Festplatte. Je nachdem, welches Video ich rendere. Ich habe nämlich zwei Festplatten, eine rote und eine schwarze. Und auf der schwarzen ist nur Dark Souls, nur Remastered. Nur Dark Souls Remastered. Falsch. So. Und deswegen nehme ich die für die Roh-Dateien und dann habe ich die rote Festplatte und da kommen dann die Dateien hin. Dann ist also die rote die beschriebene Festplatte. So. Es ist aber umgekehrt, wenn ich irgendein anderes Projekt nehme wie Dark Souls 2 oder Horizon Zero Dawn, da ist die rote meine Roh-Dateien. Ich dachte, irgendein Armbrust-Schütze hier ist ja gerade zum Leben erweckt worden. So, die rote ist dann auf jeden Fall meine Roh-Datei und die schwarze wird dann temporär als Ziel-Festplatte genommen. Das heißt, die wechseln. Und ich glaube, wenn meine Ziel-Festplatte einen Aussetzer hätte, dann wären die Effekte anders, als wenn meine Lese-Festplatte einen Aussetzer hätte. Würde sich einfach anders äußern. Ach, du lebst! Okay. Also schließe ich das schon mal aus. Da ich aber keine Probleme hatte, bevor ich nicht hier das neue Format ausprobiert habe, das 1440-Format, wobei ich jetzt nicht weiß, wie war es mit den anderen Videos. Weil ich habe ja zuerst mal Dark Souls 2 und Horizon genommen und habe da dieses 1440-Format ausprobiert. Aber scheinbar treten die Fehler erst auf, nachdem ich bei Dark Souls Remastered ebenfalls dieses Format gewählt habe. Das heißt, da müssen irgendwelche Fehler sich eingeschlichen haben. Kann sein, dass es einfach wirklich nur, auch weil ich die Bitrate auch noch umgestellt habe. Ich habe ja alles manuell eingestellt, die Bitrate dann verändert. Brauchen wir den? Vielleicht ist es wirklich die Bitrate. Ich habe das Format verändert, dann die Bitrate einfach manuell eingegeben. Kann sein, dass das Programm sich daran stört, an meinen manuellen Einstellungen, weil es ist einfach nicht das Beste. Es mag es nicht, wenn man ein bisschen daran rum vorwirkt. Jetzt hätte ich natürlich mein Riesenschwert nehmen müssen. Warum habe ich mein Riesenschwert nicht genommen? So, das war es wert. Was? Haut der mir mein Schild weg? So, jetzt kommt tatkräftige Unterstützung. Hör auf mir den Schild weg zu hauen, Alter. Alter, Falter. Ach Mann, hör mit diesem Schild-Move auf. Du Versager, du kannst nichts. Soll mir das Schild wegkloppen? So, ich hoffe, der Bogenschütze wird ausreichend abgelenkt hinter mir. Wow, wer hat denn da gerade so einen Riesenschaden gemacht? Das ist ja der Hammer. Mein Kollege ist echt stark. Kollegin wahrscheinlich, ne? Man muss das auch, ähm, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Auch Frauen. Okay. Pilgerin, tatsächlich Pilgerin, okay. Ey, warum stellst du dich genau hin, wo ich bin? Das heißt, die... Aua. Ich muss mein Schild nachladen, meine Ausdauer. Ah, toll. Wir hätten es fast geschafft, dass sie dich angreifen anstatt mich. Ey, geil, guck mal. Wenn sie auf einem Haufen stehen, kann man sie beide gleichzeitig treffen. Ich trink mal lieber einen. Die wären wahrscheinlich sogar einfacher, wenn ich nicht eine Pilgerin mitgenommen hätte. Was soll's. Tschüss. Ey, wir sind auf 317.000. Wisst ihr, was das heißt? Wird mal Zeit zum Leveln. Wenn wir jetzt die ganzen Bossseelen naschen. Naschen wir ein paar Bossseelen. Ein großer Frevel normalerweise. Schmelzer-Dämonen-Seele, komm. Drei Stück. Glück. Ich hab doch schon beide Waffen. Und... Hab ich genug? Ach, zur Sicherheit nehmen wir nochmal die Skorpionenseele dazu. Nur um sicher zu sein, dass wir auch genug haben. So. Ich mach's ja, weil es gerade so dekadent ist. Gerade deswegen, ja. Oh. Mal gucken, sollen die Kätzchen nicht aus dem Fenster springen? Ist alles gut? Nee, noch nicht. Stehen auf dem Tisch. Da sollen sie aber auch nicht hin. Naja. Mal gucken, wie wir das Problem gelöst bekommen. Also ich fang jetzt öfters an, mich zu versprechen, weil ich einfach schon total müde bin. Ich hab heute frei. Ist, glaube ich, mein einziger freier Tag in dieser Woche. Was würd ich machen? Der muss ich aufnehmen. Behrer der Kürze. Ich werde immer auf deiner Seite sein. Bis Hoffnung hat voll mitgebracht. Und dann hab ich schon auf 70. Ja, setzen wir die Belastung hoch. Das kann man immer gut gebrauchen. Hauptsache, man kann schnell und leicht rollen. Nochmal ein kurzer Routineblick zu den Katzen. Dann ist gut. Dann gehen wir doch jetzt mal nachschauen zum... Ne, sind wir schon daran vorbei. Wirklich. Puh. Oh, danach kommt die Frosch-Lady. Gar nicht schlecht. Hier hin, genau. Da, wo wir als letztes waren. Von da aus gehen wir zum... Ach, die ganzen Pferde-Typen. Och, nö. Danach gehen wir zum Spiegelritter. So, wollte ich sagen. Macht mir gerade Sorgen. Ich hab mir das Fenster offen. Wir wollen nicht, dass die Katzen rausgehen. Ich hab vor dem Fenster natürlich ein Fliegengitter. Aber die Katzen zerkratzen das. Katzen kratzen. Hier geht's doch lange, ja. Da wäre jetzt auch wieder die Frage... Dunkelheit? Ja oder nein? Wäre mein Dunkelheitsschwert nicht eventuell besser? So, wer von denen ist lebendig und wer nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Nur die mit den Köpfen? Über dem einen wirkt's schon mal. Der ist nicht lebendig. Einen hab ich schon mal geschafft zu töten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das bringt aber auch einfach nicht viel, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, schnell weg. Oh, oh, oh. Oh, da muss ich jetzt Schaden fressen. Da muss ich jetzt Schaden. Warum nicht? Stellt euch alle in eine Reihe? Geil. Alle in eine Reihe stellen und sterben. Ey, Kitzchen. Zieht am Kabel. Ich hab das Kabel eingesprüht mit Katzenentferner, wie ich es gerne nenne. Zitrus-Spray. Ein extra Katzen, äh, Katzenablehnendes, wie nennt man das? Katzenverscheuchendes Zitrus-Spray mit Bitterstoffen. Und die Katzen mögen diese Bitterstoffe eigentlich nicht. Das ist der Sinn dahinter. Und für uns Menschen riecht das angenehm nach Zitrone. So richtig schön, geil, frisch. Und die Katzen sollten es eigentlich hassen. Allerdings ist dieses Präparat rein biologisch. Und es wurden keine Tierversuche damit angestellt. Das heißt, dass kein Mensch weiß, ob es funktioniert, weil es nie bei Tieren getestet wurde. So verstehe ich das jetzt. Wenn auf der Packung steht, keine Tierversuche. So funktioniert aber wirklich nicht, weil beide gerade am Kabel hängen. Weil sie einfach neugierig sind. Was ist dieser neue Duft? Was ist dieser neue Zitronenduft? Diese Frische. Meisterpropper. Aufhören. Nein. Nein. Jetzt ist das Mikrofonkabel dran. Ich puste ihn dann einfach an, bis er es lässt. Dann wird es auch geklärt, woher die ganzen Augentzündungen kommen. Der Windzug. So, Leute. Das Problem ist, Spiegelritter hat einen Spiegel. Was sagt er gegen Dunkelheit? Ich habe es ja noch nie ausprobieren können. Ich habe das Schwert ja erst im DLC verstärkt. Und das ist eigentlich total geil. Aber es ist auch verdammt schwer. Also wir brauchen den Ring wieder, der die Belastbarkeit erhöht. Jetzt stehen wir mal wieder einem wirklich schweren Gegner gegenüber, der sich vergiften lässt. Sollte man mal ausprobieren. Nur so zum Spaß. Wir haben ja den Bogen auch dabei. Gehen wir mal rein und schauen, was passiert. Wir haben zwei Gefährten. Den können wir also gut ablenken. Wow. Die ganze Ausdauer weggelutscht. Mit einem Angriff. Lass dich ablenken. Komm. Lass dich mal ordentlich ablenken. Schon wieder. Ich wollte eigentlich ausweichen. Hallo? Mach's keine Rolle. Hättest du das nicht für nötig. Ey, du kannst du mal bitte nach den anderen gucken, damit ich meinen Giftbogen rauspacken kann? Was soll denn das? Es ist Diskriminierung hier. Gegen die lebenden Spieler und so. Versuch doch mal die Phantome. Das ist doch nicht wahr. Der geht nur auf mich los und die verprügeln ihn schön von hinten. Ja, wenn du das für geil hältst. Ich will was testen. Ich wollte dich vergiften. Guck dir das an. Wie hart der auf mich losgeht. Ich hab Schlag gedrückt. Meine Figur macht gar nichts hier. Ist ja übel. So, jetzt können die wieder zuschlagen. Ich hab's ja eben versucht hier, ne? Mit allem Möglichen. Können wir das nicht irgendwie unterbrechen? Ist ja fies. Dich kenn ich doch. Dich kennen wir doch. Du bist der dämliche Ritter, der vor dem Henkerswagen stand. Du warst der dämliche Ritter, der schildblockt natürlich auch alles ab, wenn er nicht blockt. Einfach nur, weil er's hat. Wenn man versinklich gegenhaut. Damit schützt er wirklich einen großen Teil. Hat er aber auch keine Chance hier. Guckt euch das mal an. Wir sind ja auch mal gestunnt oder so. Also ich find dieses Schwert macht einfach einen genialen Schaden. Ich hack mich hier einfach durch. Ich hab jetzt wirklich gedacht, der ist ein bisschen schwerer. Aber dieses Schwert hier gegen richtig große Gegner macht richtig großen Wumms, muss ich sagen. Das kommt richtig gut herher. Macht Spaß. Haben wir... Müsst ja nicht irgendwo ein Asketenleuchtfeuer rumliegen. Gucken wir gerade nach den Katzen. Okay. Kontroll-Blick. Die verprügeln sich gerade. Lag hier nicht... Hier lagen doch mal Sachen rum. Ach ja, in der Truhe. Okay. Asketenleuchtfeuer. Nö, in dem Fall... Rufen wir jetzt nicht den Fahrstuhl. Wenn ich jetzt rückwärts runtergesprungen wäre. Das ist Sparta! Das hätte ich auch noch dann geschrien, wenn ich jetzt hier rückwärts runtergefallen wäre. Dann müssten wir an diesen ganzen Statuen nochmal vorbei. Nein. Für mich? No. Aber wir könnten auch einfach rückwärts, ne? Wir könnten nämlich vom letzten... Ähm... Vom nächsten Leuchtfall einfach rückwärts dann den Aufzug nach oben nehmen. Ob der funktioniert hätte? Denn man kann doch eigentlich nicht rückwärts in ein Bossgebiet reisen. Naja. Schauen wir nochmal nach. Wir wären da nämlich... Ist das das Erste? War das nicht bei irgendwelchen Treppen? Oder kommt das erst am Ende? Das ist nach dem Boss. Das ist kurz vor dem Boss. So müsste das sein. Ob wir da auch durchlaufen können? Wie wäre das ein Versuch wert? Jetzt einfach mal... Wir haben ja eh gerade nur 80.000 Seelen. Die sind einfach mal nichts mehr wert. Natürlich kommen wir an dem Riesenkäfer hier vorne nicht vorbei. Aber ansonsten... Durch diesen ganzen Teich. Weil es ist ja alles voller Zaubererinnen. Zaubererinnen. Das wollen wir nicht unterschlagen. Das Innen. So. In letzter Sekunde kam mir der Gedanke, den Hinteren anzuschießen. Damit der Erste in Mitlandschaft gezogen wird. Super. Ohne anzuvisieren. Einfach drauf. Haben wir... Wir haben nicht sowas wie Nebelring hier, ne? Und einen Unsichtbarkeitszauber. Gibt es einen Unsichtbarkeitszauber? Vielleicht würde es sich lohnen, mal nachzugucken. Wer braucht schon 12 Seelenpfeile? Ach nee, dann müssen wir wieder... Ach nee. Dann müssen wir die Käfer wieder besiegen. Das ist aber auch sehr unangenehm. Das ist aber sehr unangenehm. Das will ich nicht. Schauen wir doch mal nach. Kein Nebelring oder sowas. Während die Käfer langsam von hinten kommen. Nicht hier in Dark Souls 2. Wegen des weißen Kriegers Geschicklichkeit, Stärke, Einfallspinsel. Da kommen die ganzen Eidringe. Irgendes Geflüsteres. Ich habe Angst vor den Käfern hinter mir. Gegner... Ringe, die die Gegner anlocken. Wir können natürlich auch so einen... Silberschlangenring ausrüsten, damit wir einfach mal mehr Seelen bekommen für die Bosse. Das wäre auch cool. Okay, wir versuchen es einfach mal. Was soll schon passieren? Haben wir eine Rüstung, die gut gegen Magie ist? Ich weiß es nicht. Oh. Ach, meine... Ich wollte gerade die Kamera justieren, um zu gucken, ob da Boden ist oder nicht. Denk mir, ach, da kann doch nicht überall Boden sein. Das muss doch ein Abgrund da irgendwo sein. Wollt gerade nachgucken. Zack, rutsche ich auch schon runter. Gut. Haben wir das geklärt. Wieder auf den Hinteren. Und der Erste kriegt direkt einen durch den Kopf. Und dich einfach nur auf Unglück anvisieren, so. Och, Menno. Der Erste hat doch so schön gesessen. Hey, zwei auf einmal. Super. Dann jetzt schnell die Seelen einsammeln. So, da sehen wir es. Da sehen wir es doch, hier. Da geht's lang. Kann mir nicht auch noch ein schwarzes Phantom... Ach ja, und laufen können wir hier auch nicht durch. Na, jetzt können wir wieder laufen. So. Ist egal. Ist das euer Ernst? Es ist tatsächlich möglich, hier durchzurennen? Das meint ihr doch nicht ernst. Wie oft habe ich an der Stelle hier gehangen und mich hier lange und mühsam durchgeprügelt? Ich habe vergessen, das Leuchtweil zu aktivieren. Ach, ich bin ein Idiot. Okay. Wir leben, um zu lernen. Und der wäre ein Problem geworden. Der hätte uns nicht durch dieses Nebeltor wandern lassen. Ist aber auch alles. Das wäre aber auch schon alles. Gut, tun wir das. Nochmal zurück. Vielmehr sind wir jetzt schlauer. Jedes Mal vergesse ich das mit dem Leuchtfeuer. Ach komm, das schaffen wir in dieser Folge eh nicht mehr. Ach, ich könnte jetzt... Komm, ich packe den noch mit rein, oder nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Wie lange kann das schon dauern? Wir laufen einfach durch. Dann machen wir den Boss platt. Und dann war es das auch. Guckt mal. Wir können jemanden rufen. Die Musik erklingt... Es ist wieder wie damals, als wir das erste Mal hier waren. Du lebst noch! Ist jetzt natürlich härter, ne? Uäh, Rost. Och, sch... Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. So, wie sieht's jetzt aus? Zu schwer zum Rollen. Na toll. Auf und nach mit Jula. Damit sind meine Träume vom schnellen Bosskampf jetzt leider dahin. Sie sind zerbrochen wie ein Ring in meiner Hand. In rostiger Luft. Okay, beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ihr müsst euch nicht mit ansehen, wie ich das repariere. Das hat sich jetzt erledigt. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Euer Gonzo. Bis zum nächsten Mal in dieser Höhle. Obwohl, das ist gefährlich. Ich kann in der Höhle nicht anmoderieren. Da kommen die Käfer. Wir sehen uns das nächste Mal hier in Mojula. Macht's gut. Ciao, bye, bye. Euer Gonzo. Aus Dark Souls 2. Scholar of the First Sin. Und hoffentlich ohne schwarze Flackerei.